Ich weiß, dass wir es schaffen werden, dieses Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen. Mit vereinten Kräften. Mir tut schon leid und klopft da hin. Und ich mitnehme. Wir alle zusammen. Einfach die Gang sehen. Mein Angebot. Ich will bis morgen eine Antwort. Sie jagen auch? Mein Vater war ein passionierter Jäger. Warum bin ich mal zusammen auf Fasanen jagen? Es ist nicht scharf. Keine Lust zu töten? Kann ein Teppich das Geschäftsergebnis beeinflussen? Wenn Sie jeden Tag eine Stunde lang draufstarten? Ich mag Sie. Ich glaube viele, ja, Sie brauchen mich. Wir müssen dringend die Weichen für die Zukunft stellen. Das geht schneller als Sie denken. Wir wissen nicht, wie schnell ich denke. Gewinne jetzt, kämpfe später. Ihr seid reine Geldverschwendung. Kümmern Sie sich lieber darum, dass wir neues Geld bekommen. Ich muss erst mal abklären, ob wir... Schst! Jammern ist extrem langweilig. Können Sie noch trauen? Natürlich. Was sind Sie eigentlich für ein Finanzchef? Nix. Sind Sie scheidig? Ja, doch vielleicht. Ich bin nicht. Platzpatron! Hören Sie auf zu grübeln. Sie deprimieren mich. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Bisher habe ich Sie für schlau gehalten. Sie langweilen mich, Meyer! Ich werde Sie vernichten. Vergehen.